Aber ich mache natürlich automatisch, ich habe meinen Computer noch hochvernässt mit IQSL, da kriegst du also automatisch eine, ob du willst oder nicht, Wolfgang. Okay, also in diesem Sinn, danke nochmal und 73. Indiatan. 50 Kilohertz bin ich meistens QRV, Wolfgang. Viele Grüße von Hannover, ein schönes Wochenende und viel Freude bei unserem tollen Hobby. CL4 Alpha Hotel, CD7 Alpha India Univor. W2EWG für OJY. Ja, okay Dave, ich bin sicher, es ist einfach nur ein Lackal-Aktivität, ich bin sicher, es ist absolut gut geworden, hier und der 10-Mitre-Sideband war sehr gut gestern. Und ich war meine erste W-Station auf 6-Mitre CW gestern, ich bin sehr glücklich mit dem, aber jeder ist auf FT8. Ich bin sicher, dass mehr Leute, die Arbeit haben, und ich bin sicher, dass es mehr Aktivität gibt, da gibt es mehr Aktivität. Aber es scheint, mit der General Decline von Fan Radio, jeder ist obsessed mit FT8. Und der Aktivität auf dem Thema, der Band, hat sich sehr niedlich, ich bin sicher, dass die Band nicht öblich sind. Aber ich weiß nicht, dass alle da sind. Es gibt so viele Ankerste, die wir auf und benutzen können. Anyway, ich lasse dich, Dave, und ich kann ein paar Mal arbeiten. W2V, WG4O, JY. W2V, WG4O, JY. W2V, 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 W2V. W2V, W2V, W2V. W2V, W2V, W2V. W2V, W2V. W2V, W2V. 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 W3V, W2V. W3V, W2V. W3V. 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 Das war's great.